Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands zusammen mit Casino. Und wir haben... Und wir haben jetzt Apptine. Wir haben uns letztes Mal bis... Da hinten steht noch einer. Wir haben uns letztes Mal bis hierhin vorgekämpft, weil wir Matchstick grillen wollen. Also das ist ein Zwerg. Wir wollen uns ein Zwerg grillen. Für den Firehawk. Weil irgend so ein verrückter Typ das gesagt hat. Wir machen einfach alles. Aus Gründen. Boah. Weiß zwar nicht, wofür wir das Vertrauen der Firehawk Jünger brauchen, aber... Wir werden sie sowieso hinter... Wir werden sie hinterher eh umbringen, wie alles andere, dem wir vertrauen. Ja. Von daher. Aber wir dürfen einen Zwerg anzünden. Das ist es definitiv wert. Ah, wollt ihr auch schon mal machen. Zwerg anzünden? Ja. Das ist mein liebstes Hobby. Da hinten sind irgendwo welche. Ich seh die gar nicht. Ich hör nur die Musik. Ne, die Musik, die rockt. Kommst du? Ja. Wir geben mich schon... Boah, irgendwas ist los. Irgendwas habe ich mit meinem Hals. Ich muss schon wieder husten. Ich glaube, ich habe heute zu viel aufgenommen. Jetzt fängt er bei mir auch schon an. Ja, ich habe ja schon irgendwie, keine Ahnung, viereinhalb Stunden habe ich ja schon hinter mir. Ja. Ich habe keinen Bock mehr. Standby-Modus. Ja, wenn ich heißer werde, habe ich verloren. Ich muss ja noch so viel aufnehmen. Und du deswegen auch? Ja. Oh. Wow. Alter, irgendwas hat mich gerade den halben Weg wieder nach unten gesprengt. Oder ich bin einfach runtergesprungen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dein Geschütz kann mich ja eigentlich nicht wegsprengen. Sonst hätte ich gesagt, das Geschütz, aber das macht mir ja gar nichts. Hier ist irgendein Typ übrigens hinter uns. Oh. Ich bin ein aus dem Link. Jo. Hab ihn. Oh, das ist super Badass. Super Badass, ja. Ich würde mich schon, wer mir die ganze Damage macht. Kriegst du den, oder soll ich? Ah, ich kriege den jetzt, glaube ich. Ja, doch, kriege ich den. Nein, jetzt kriege ich ihn nicht mal. Jetzt hat er sich hinter die Ecke gestellt. Oder? Ah, doch. Sehr gut. Bleibt bei Ihnen noch ein Kielgeschoss. Und wenn ich das Klo aufmache, rustig nochmal. Wie geil, wenn ich das Klo aufmache, rustig nochmal. Und dann machst du halt Klo aufmache. Ach, so. Voll die komischen Geräusche. Was? Du hast ja gesagt, wenn ich das Klo aufmache, rustig nochmal. Und dann gab es dieses komische Klo-Geräusch. Ja, ich huste wie so ein Klo, das aufgeht. Ja, eben. Ich dachte, das ist normal. Okay, da... Irgendwer schießt hier noch auf uns. Ganz oben. Ach, der Käpt'n blind schon. Was? Jetzt schon? Wo? Ah, links, links, links. Aufm Dach, Mitte, Mitte. Was macht der? Ach, Feuerwaffe bringt bei dem ja nix. Wie treff ich den an? Ach, hier, guck mal, Granaten. Bisschen Slack für Flinti. Ach, weißt du was? Ich geh da jetzt hoch und geh da rein. Das bringt ja von hier unten nix. Oh, das ist perfekt geworfen. Hab geschützt. Was? Das ist geschützt, perfekt geworfen. Genau, das fand er. Kommst du? Ich bin bei Flinti. Ja. Der ist jetzt eh down, oder? Schützt hat schon alles gemacht. Also hier geht noch auf jeden Fall Party ab, gerade. Ja, ich hab nichts kriegen, ey. Oh, Muni, 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 Muni. Mal kaufen, schnell. Ich weiß nicht, ob Flint noch lebt. Bisher hab ich ihn nicht gesehen. Ich hab gar nicht festbezielt, war so, ne? Äh. Ich glaub, der ist hier gestorben. Hier, hier. Bei dem blauen, bei der blauen Wasser. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber hier sind noch Ads. Ach, der brennt schon, okay. Das ist der komische Feuerdinger waren diesmal gar nicht an, irgendwie. Okay, das war ja der ultimative Schnelldurchlauf, würde ich mal sagen. Ja, Muni. So, hier. Ach, auf der anderen Seite. Ach, war nicht hier letztes Mal noch eine Wand? Kann man hier... Wenn diese Typen sich partout gegenseitig abfackeln wollen, dann kann uns das doch eigentlich egal sein. Ich meine, ist doch wahr. Wo sie recht hat, hat sie recht, ne? Ja. Warte, 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 ich will dabei sein. Okay. Ich platziere ihn. Ich platziere ihn. Sehr schön. Der Moment steht mir vor. Wir werden vereint sein, Firehawk. Endlich werden wir vereint sein. Geh zum Verbrennungssteuerpult und erfüll ihm seinen Wunsch, wenn es da muss. Alter, wie sieht der denn aus? Warte mal. Ich muss mal ran suchen. Willst du ein Striper haben? Ah, ich seh schon, ich seh schon. Oh, oh. Der sieht ja selber schon so halb verbrannt aus. Okay. Warte, 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 warte. Drücken auf drei drücken wir beide E. Eins, zwei, drei. Okay. Keine Ahnung, wer ihn nicht gerüst. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Das war echt schreck. Das war voll geil. War echt schreck, ja. Ja, Mann. Ähm. Schreck und geil. Stehe ich drauf, muss ich sagen. Ja, doch. Ja, ein bisschen. Hm, also, ja, ja, muss ich sagen. Ich konnte übrigens Sniper-Muni wieder einsammeln, ne? Also, ja, schein... Denkst du nicht auf deinem Konto. Müssten wir mal gucken, wenn wir demnächst irgendwie, äh, ich hab zum Beispiel, ich hab ja nach wie vor, äh, hast du irgendwelche Munition nicht voll? Ja, wir hatten halt jetzt bei der Sniper-Muni so, ich hatte 96 und ich konnte die jetzt einsammeln. Na gut, dann ist es, wir gucken einfach, ähm... Rifle. Rifle. Hast du ein Rifle? Ja, warte, oder hab ich? Hab ich. Also nicht Sniper-Rifle, sondern so ein... Guck mal, wie viel Muni du da hast. Ach so, kann ich auch so sehen. Ähm... Ja, voll, 700 von 700. Ja, und jetzt? Hast du grad irgendwo Munition hinzugekriegt? Ah, ah. Komisch, warum kann ich die denn mitnehmen? Ich weiß es nicht, ja. Naja. Ja, wie ist es manchmal, ist das, vielleicht kann man... Keine Ahnung. Oder ist es ein... Oder ich verwechsel die Munition irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ich hab grad aneinander vorbeigefroren. Ich weiß es nicht. Oder du was anderes... Ich woanders hingeguckt hab, wo du... Weißt du? Wir werden es nie herausfinden. Äh... War hier nicht ne Reisestation? Ah nee, Clappy ist ja mit seinem scheiß Boot weggefahren. Das heißt, wir dürfen jetzt den Weg zurücklaufen, tatsächlich. Verdammt. Hier unten nix. Nein. Aber wir können... Geronimo-Style machen. Also ich muss mal ganz kurz gucken, welche Richtung müssen wir? Ja, hier ist nix. Wo bist du? Ich bin hier. Hinten. Ich hab nur... Ja, wir müssen den Weg zurücklaufen. Kann man hier runter? Ja, willst du auch... Ja, ich stehe hier gerade und warte auf dich hier oben. Ja, ich bin hier... Ich bin ein Stückchen weiter vorne springen einfach. Einfach da. Bei drei. Wollte ich schon. Aaaaaaah! Klatsch. Ein Glück, dass es keinen Fallschaden gibt. Das wär übel. Ja. Wobei irgendwie in Borderlands 1 konnte man ja am Ende auch überall runterspringen. Der Fallschaden war ja nicht nennenswert. Ja, deswegen haben sie wahrscheinlich ganz rausgenommen. Ja. Ist auch besser so. Ja. Ich mein, dann kann man sich hier voll viele Abkürzungen machen. Boah, wir hätten von vorne runterspringen müssen. Das wär viel cooler gewesen. Jo. Ja, stimmt. Wissen wir fürs nächste Mal. Komm, wir gehen zurück. Ja, diesmal sind zumindest keine Gegner da. Ah, nee, lass mal. Echt? Oder komm. Dreimal springen wir jetzt. Ja, unbedingt. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Abo Special. Wenn wir einmal von der Klippe springen. Und wie wir da hochlaufen. Abo Special. Ich spring von der Klippe. In Borderlands. Natürlich. Ja, genau. Ich springe mich um. So ein extra Capstock geschehen. Genau. Ich springe mich um. Und einfach so ein Borderlands Tote reinschneiden. Weil was traurig ist, wenn du sowas irgendwie in einem Social Media schreiben würdest, du würdest genug Leute finden, die das liken, damit du das machst. Ja. Welt ist bloß hier. Ja. Hat er echt? Äh, gucke ich nicht. Keine Ahnung. Seine Mami ist bestimmt sauer. Warum? Mr. Skaggles, er leckt mein Gesicht. Wer ist Mr. Skaggles? Irgendwas mit Skagg. Boah, kann gut sein, aber ich zieh dich ja eh durch die Schnellreisestation weg. Ich hink halt immer ein bisschen hinterher. War schon immer so bei Games. Also mit Kollegen gezockt, die waren immer schon dreimal überall los beim Monopoly, dann hab ich noch nicht die erste Runde gemacht. Da warst du grad auf der Badstraße. Ja, da war ich grad im Gefängnis wieder. Also wie im Real Life. Ja, genau. Ich nehm grad aus dem Gefängnis aus. Hab grad wieder Pause. Ah, cool. Und, seid ihr schon aufgehoben heute? Nee, kommt noch. Ah, das Beste kommt am Schluss, ne? Natürlich. Nach dem Abendbrot. Nach der Scheibe Brot. Gibt's heute nur noch Wasser dazu? Vielleicht. Also ich geb mal ab. Matchstick ist tief verschlungen in der wärmenden Umarmung des Firehawks und erfährt eine göttliche, ewigliche Glückseligkeit. Oder er ist in der Hölle. Na, man weiß es nicht, ne? Danke, Fackel. Wir werden matchstick bald folgen. Die große Entflammung steht bevor. Die was? Die Entflammung steht bevor. Was auch immer das bedeuten mag. Der Moment der Entflammung ist gekommen, junge Fackel. Zeit, die Ungläubigen unserer Flammenmutter zu opfern. Cool. Setze Abbilder mit Feuer in Brand. So, weißt du was ich bekommen habe? Müsstest du auch bekommen haben, oder? Ähm, was war das denn? Sniper. Ähm, ne. Dann darfst du sie dir auch mal angucken. Guck mal hinter dir. Glaub. Glaub man, irgendwie ist es manchmal abhängig, ob man beide was kriegen oder nur einer. Ja, aber wir können dann ja eh tauschen, aber guck dir das Ding mal an. Oh, ja. Aha. 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 Oh. Oh. Ich hab mich schon so darauf gefreut. Sieht auch voll cool aus hier, der. Da packe ich jetzt sogar meine, 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 äh. Ach. Ach, das ist so eine Automatik-Sniper. Ach, ach, warte. Ah, oh, oh, hm. Ich hab ne Feuerwaffe, ich kann die. Ach, von Entflammung? Das könnte übel werden. Warte mal. Vielleicht ist es aber auch nur so eine Art Grillparty. Geh einfach unvoreingenommen an die Sache ran, okay? Diese Typen sind gar nicht so übel. Ich glaub, wir müssen uns hier nicht mal wegbewegen, damit ich die anzünden kann. Warte. Hast Großes geleistet, Fackel. Sobald die Entflammung vollzogen ist, erwartet uns alle unsere Belohnung am lodernden Busen des Firehawks. Cool. Belohnung? Am Busen des Firehawks? Was? Wie geil. Ach, geil. Geh zu diesem Entflammungs-Dingsbums. Wenn es gruselig wird, erscheine ich dort. Sei vorsichtig. also ich busen des firehawks klingt gar nicht mal übel würde ich sagen ich bin mir glaube ich sogar ziemlich sicher wie wir da hinkommen und ich bin mir nahezu 100 prozent sicher dass ich weiß wo das ist das habe ich mich eben schon gefragt aber hier ich probiere mal die neue sniper aus warte gemein gemein nicht runter ich habe ne idee verdammt das war genau gedacht gehen nicht runter was aus dem wurm aus dem arm vor ja weil ich möchte mit ich möchte mal so einen goli hat den den kopf abschießen während da noch über seine verbündeten um ihn rum sind dass der goli hat die gesamten verbündeten ausradiert das ist echt witzig ja ja der greift wenn du dem dem goli hat den kopf abschießt dann wird der wahnsinnig und verwandelt sich in so eine version wo er dann wahnsinnig durch die gegend läuft und greift dann alles an auch verbündete immer die nächst nächste einheit die gerade da ist wird angegriffen wenn du mit dem sniper weg schießt und ganz weit entfernt stehst ganz an zu sehen wie der goli hat alles umlegt was nicht nid und nagel fest ist das einzige problem was du hast dass dadurch dadurch level abkriegt und wenn du pech hast dann ist der am in der ultra stark okay das ding ist geil richtig geil vor allem das ist eine waffe die eine sniper die du auch auf kurze entfernung verwenden kannst weil sie schnell schießt weg male für dich ich habe das fass angeschossen auch da ist dort ist wieder so ein goli hat okay der greift uns an schnell bevor der level abkriegt was und dann ich bin ich bin ich bin ich bin entrüstet was für wörter die hier kennen ich glaube da muss ich zentieren ja geht nicht anders nach ich meine das ist so richtig schlecht 39er beutemacher es wird ich glaube ich habe ich mal helfen aber nicht unbedingt länger hätte es nicht dauern dürfen aber du lebst ja schon wieder hat dir irgendwas cooles getroppt hier oben kam hier oben nicht diese komischen ultra bt sonst was psychos der hat eine slack waffe hatte das gesehen der goliath hat gerade den opferer angegriffen war ich diese sniper ist richtig cool die verbraucht zwar ultra schnell die munition aber die macht schaden vorsicht das kann nicht anzünden noch und da oben ich bin gesleckt ich habe mich selbst gesleckt so schlau das habe ich mich noch angezündet geil stöhnt er auch richtig gut aber kamen hier jetzt nicht diese ultra bett ist psychos ja super bett ist psycho freak gib ihm saures das war es 20 ep gibt er sogar oh doch so viel down was ist das so haben also extra elementar schaden ok so 36 wenn wir 50 haben kann ich mir das neue das nächste sniper upgrade holen für 50 iridium was war das gerade was gesagt einerseits und andererseits das so gerade gemacht was war gewechselt den raketenwerfer ach so der sagt da was bei dir dazu ich hab's nicht gehört ja wir haben noch keine iridian waffe gefunden oder ich habe nämlich auch noch keiner noch nie glaube ich die können wahrscheinlich alles sein glaube ich habe ich glaube ich habe recht mit meiner vermutung erhebt die die munition von dem dingen gibt die munition von dem besser auf noch wissen nicht was jetzt gleich kommt so eine questreihe hat ja meistens einen recht lauten abschluss was wie das camping habe ich gar nicht darauf geachtet aber ich muss schon wieder wussten das geht es ist hier los sowie letztes mal ich gehe oben rum ja ja ich regel unten ich kann ihr davon oben sobald ich hier oben clean ab kann ich von oben feuerschutz geben das mit der sniper ja meistens ganz gut weiter oben zu stehen ach mal hier vorne steht schon der typ hast du ihn schon angesprochen das wird getriggert vorsicht da ist viel viel zeug schaffst du es gut ich habe den geschlägt hinter ihm stand ein fass ich habe den geschlägt hinter ihm stand ein fass hier geht direkt schnell nach ja ich snipere von hinten mit drauf das gute ist der typ kann sich hinter dem schild nicht verstecken weil ich von der seite drauf komme bevor wir den hebel gleich ziehen am besten erst mal ja ich hätte jetzt aber auch auf den goliath drauf geschossen damit er sich nicht verwandelt weil das ist unangenehm können wir erst mal ein bisschen looten ich habe wenig muni für sniper und hinter dir lebt noch einer ich habe nur ein paar explosion gehört aber passt schon ich bin nicht weiter beachtet samt hier ist keine sniper muni drin schroti muni finde ich zwar auch gut da hinten ist noch ein kasten ja ich muss auch erstmal alles nachladen hier ich verbrauch ich verbrauch aller möglicher müll die rifle muni ist bei mir voll und du kannst sie auch sammeln obwohl du das rifle nicht benutzt dann haben wir aber definitiv jetzt gerade dieselbe muni haben wir eben dieselbe muni gemeint ja einfach ein geld also 112 geld also ein schein drin smg ist ja immer dieses lange magazin lange dünne muni ist gebogen ja gibt es hier irgendwo noch muni ich habe nur 37 schuss für die sniper muss ich halt damit auskommen dann wechsel ich halt auf die schrote hier vorne ist gleich noch ach komm lass anfangen einfach wenn wenn muni hier lohnt ja jetzt ne beziehungsweise warte du hebst mach du den schalter ich stelle mich oben hin ich wette dass da irgendwas ich weiß es nicht mehr aber irgendwie habe ich centurio spider end bringe hier noch was mit runter so hier viel spaß damit und ich wusste mich noch mal aus mach das ja hab ich schon ach so ok down ok zieh du den schäbel ich gebe mich mal ich bringe mich hier oben in position da ist immer noch was da hinten er ist doch egal hehehe nein ok da ist auch den spider man toll der verfolgt dich jetzt ich will nicht sterben diese narren aus sanctuary wissen die erhabenheit des feuerhorks nicht zu schätzen ist ein bastard schütze deine augenkiller ich komme nein mach ich nicht eure göttin ist erschienen und sie ist bitter enttäuscht kammerjäger ich bringe diese zivilisten zurück nach sanctuary während du diese irren zerschmetterst das kann nicht sein hört nicht hin brüder unser neue fackel war ein spion da unten geht ja ganz schön die party ok clayton ist tot schaffst du es ja halleluja ach da ist doch noch einer na 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 ja ich habe die beinahe opfer zurück nach sanctuary gebracht gute arbeit mit dem kult ich sag's dir man eine göttin zu sein ist voll für'n arsch wir verdanken dir unser leben kammerjäger ja hol dich dem kammerjäger hol dich dem kammerjäger äh ups äh komm komm zurück du gehörst mir gib es auf mich hat keine Zeit für dich du es ist nicht bio es ist nicht bio hat er gerade gesagt das ist nicht bio wir haben nicht ihn gehört er klang so ich hab glaube ich nen snipe bei ihr für dich äh ich bin gerade schon weggesprungen na na gut ich nehm es mit ja ja ich bin gerade schon weggesprungen ich nehm es mit 2600 oder 2300 ich bin mir sicher ich habe gerade noch irgendeine waffe aufgenommen fast nicht geschafft hier komm ich gebe dir das eben ja wir können die quest noch abgeben haben wir zwar wieder 30 minuten aber wir müssen jetzt ja nur laufen die feuerrate ist ganz cool das ist so eine wie die die ich jetzt habe gerade auch schon wieder ein bisschen folgen diesmal ja ja halbe stunde geht ja noch die 40 minuten ja haben wir auch zwei ja irgendwie es ist das problem man kann ja nicht einfach zwischendrin irgendwie schluss machen zum beispiel jetzt hier schluss machen dann begegnet die nächste folge wird fünf minuten laufen das ist ja auch doof ja wir könnten ja auch auf screen einlaufen und dann vor dem typen abgeben ja aber ist auch auf zwei folgen gestreckt fragt mich gerade wenn wir hier runterspringen sind wir dann schneller ach komm lass ausprobieren ich bin unsichtbar ja wir haben tatsächlich eine abkürzung gefunden oh mein gott ich hoffe wir müssen nie wieder in dieses gebiet dieses gebiet ist verwirrend ich habe keine ahnung ich habe unendlich viele skins schon habe ich zwar schon aber fährst du denn nicht ja und die quest abgeben sie ist eine ultimativ schlechte göttin na gut ich glaube es ist auch schwierig ein guter gott zu sein alter claptrap halt die schnauze ohne der entflammung bei die kinder des firehawks sind nicht mehr flame of the firehawk habe ich bekommen setzt fortwährend feuer novas frei wenn es aufgebraucht ist muss zwischen novas vollständig aufgeladen werden was auch bekommen ich weiß nicht was was das denn schild da können wir gleich auf screen vergleichen ich glaube special ich glaube special items bekommen wir beide also so quest belohnen wie immer gleich sind und spezielle sachen also so aussuch sachen ist unterschiedlich ist auch wenn er nur so kommandosachen jetzt kommandoteil chris klassen mod zum beispiel so wenn das nur gehofft ist ja logisch das tut dann nicht okay okay dann verabschieden wir uns hiermit danke fürs einschauen und bis morgen oder bis dann und wie auch immer bis zum nächsten mal tschüss tschau tschau tschau